Ich bin nichts, hab ich noch einer geruscht. Das ist ein schöner Wochenende, alle am Arsch gerade. Nein. Ich will noch etwas interessantes finden. Viele bunte Zombies, alle macht er Spaß. Schnell da rein. Hier sind wir richtig. Atlantica Casino. Gott, der dauert ein bisschen. Bis wir da erst angekommen sind. Ähm. Wir müssen... Wir müssen uns schluss. Ich erwarte eigentlich... Gibt es denn nichts, was ich als... Nein. Nein. Es ist nie drin. Kameras? Scorch. Ähm. Komm, nimm dich. Du bist eine gute Waffe. Ich bin nicht wie ein... So, raus. Gala. Ist das wieder so ein Spielchen? Und? Ach, schade. Ich habe nichts gewonnen. Diese Dreck-Säcke, ich schwöre es. Wunsch! Ähm. Säcke, ich glaube... Der macht so Verrenkungen, wenn er kurz nachdem er getroffen wurde. Ich glaube, dann regeneriert er sich so leicht und dann kann er wieder normal gehen. Das ist echt schwachsinnig. Mit zwei Leben gehen, aber mit drei Leben gerade auch, aber mit einem Leben wieder voll. Yeah! Mir ist nie was passiert mäßig. Ach, ganz ganz komisch. So, weiter geht's. Oh Gott, aber wir sind gleich da. Ich will irgendwas Neues. Musik. Musik, Musik. Keine Dinge von mir. Ich will mal was anderes. Also gut. Schuss. Bassgitar. Ja, nur Bass. Das ist nice. Ah, aber schön schauen. Oh, ein Mädchen. Laun. Hey. Überbrief. Gut. Ja, lass doch sein. Gehen wir eben durchs Wasser. Oh, du Zombie-Bitches sind. Ihr werdet doch andersrum viel süßer, wenn ihr nicht so am Arsch wird. Ich muss direkt an mich zugehen. Oh, du Fläckstens, was willst du. So. Ah, ich hol keinen Streber-Luke. Ah, jetzt haben wir wieder den Schüppel-Anzug an. Komm, mach ihn jetzt. Lass mich los. Geht doch. Ach, hier komm ich gar nicht durch. Aber hier. Okay. Wo müssen wir denn lang? Durch den ganzen Zombie? Nein, wir müssen denen jetzt eben mal helfen, Leute. Das ist voll geil. Er macht die Späsche. Wenn, äh, wir schnell reagieren, dann macht er die richtig am Arsch. Ich hab jetzt nur die Gap-Punchen gemacht. Nee, irgendwie. Ich hab' nicht. Nein, ich war das nicht. Lass mich in Ruhe. Gut. Da haben sie. Ähm. Ich muss mich mal eben auffrisch. Nein, ich will meine Vitale wieder haben. Sei gut. So. Jetzt ist alles gut. Ja, ist okay. Hat er auch viel gebracht, ey. So. Dich wollen wir haben. Sehr gut. Jack has joined. Du auch? Was? Ich will meine Waffe wieder haben. Combo-Card. Ja, kennen wir doch alles. Cool. Ah, wir haben jetzt mehr Leben. Cool. Du hast ein Messer. Du hast ein Messer. So, kommt. Wem gehen? Zeit, ey. Hey. Komm mal hier. Hier können wir nur Waffen zusammenbasteln. Was ist das? Scheiße. Gehen wir hier lang? Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Kommt's auch da! Gedärmeschnitzel! Was ist das denn für ein Service? Geh da rein! Egal! Ihr wisst doch bescheiden! Folgt die mir Jungs? Sehr wütig! Weiter! Komm! Komm! Tut mir leid! Ah, da sind die Gedärme rausgeschnitten! Oh! Da ist er! Der Pablo! Yeah! Ist da! Mit ihm können wir die gut zur Seite schieben! Kommt einfach! Jetzt haben wir vorbei! Bitte schön! Ich erleichter euch das schon! Spielzeuglaube! Kommt jetzt nicht! Geh zurück! Ich hoffe ich kann den Make-Up noch probieren! Mann! Der hat sogar Geld! Ich glaube das war die Aufgabe 2-1, oder? Die dann gescheitert ist! Ja, die erkennt ihr ja schon! Brauchen wir nicht nochmal sein! BAM! So, wir müssen durch das Casino! Lasst uns durch! Ihr drei auch! Vier! So! So, wir müssen durch das Casino! Da sind wir durch! So'n scheiß... Äh... Ted! Mit seinem... Scheiß Tiger! Lassen wir in Ruhe! Der hat uns fertig gemacht! Und das war nicht nett! Komm, lass uns nicht weg! Komm! Komm! Wir müssen durch das! Wir müssen durch das! Ja! Komm! Wo ist denn Kenneth? Kenneth, wo bist du? Wo ist denn Kenneth? 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 Wo bist du? Ach komm, gehen wir. Haben wir den anderen Raum gelassen oder was? Boah. Toll. Scheiß auf Kenneth, komm mit dir hin. Jack, komm. Ah, ne Machete. Schöne Waffe. Komm. Falsch. Wo kommen wir hier raus? Wieso? Komm, die werden hier mal durch. Was ist denn? Ja, komm. Perfekt. Jetzt wissen wir, wie lange das ist. Super gut. Komm, ich bin hier raus. Komm, ich bin hier raus. Kenneth ist hier. Okay. Komm, Jack. Komm, 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 komm. Mann. Ich bin irgendwie nicht gesprächig in letzter Zeit. Das ist voll für'n Arsch. Wo ist denn der Pornshop? Oder Pernshop? Oder... Ach. Wiss schon. Lest dann wisst ihr, was ich meine. Ich brauch das. Ach ne, jetzt durch den Park. Da waren so viele Songs. Naja. Wo waren denn wenige? Sagen wir mal so, ne? Hehe. Hey. Hey. Okay, komm. Hey. Was ist los, Tastatur? Mach! Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Nicht irgendwie anders, ne? Oh, wow, wow. Nicht irgendwie anders, ne? Hehehe. Das ist geil, aber. Oh, was ist das? Mann. Oh, Gott. Was ist das? Komm, wir gehen hier. Jack? Komm schon. Ah, die Waffe ist gut. Ihr müsst weg. Wir gehen einfach hier lang. Oh, die sind zu weit. Und weg mit euch. Komm, komm, Kenneth. Komm, komm, Kenneth.